Hallo und herzlich willkommen zur dritten Turn-on-Community-Show. Während die Jungs sich gerade schon ein bisschen künstlerisch betätigen, erzähle ich euch, was diese Woche so ein bisschen passiert. Und zwar werde ich geschmückt. Und ich habe einen sehr, sehr guten Film gesehen, über den möchte ich mit euch reden. Außerdem hat Alex was unfassbar Spannendes bei Kickstarters gefunden. Das möchten wir euch zeigen. Und wir werden ein bisschen Schrott wicheln. Und es gibt sogar noch was zu gewinnen am Ende. Jetzt hat sich erfolgt. Ich habe auch noch mitgebracht, guck mal. Die ist neu reingekommen, total gut. Ist die gut, oder kann die was? Die Plastik und Klassik, naja, also, man kann schon Spaß haben. Okay, okay, dann möchte ich die jetzt haben. Apropos Spaß haben, ich hatte eine Idee. Ja, eine Challenge für diese Sendung, das wäre toll. Hättet ihr zwei vielleicht Lust, gegeneinander ein bisschen was zu spielen? Ich bin ziemlich gut im Hacken. Einmal kurz gucken, was... Naja, also wenn ihr weiter schmückt, dann können wir das gerne machen. Da finden wir was. Ja, finde ich gut. Ihr macht hier weiter und wir zocken. Wollen wir danach Hackenspiel? Ja, die haben ja gar keine Ahnung, was wir vorbereitet haben. Das ist gut. Du hast was vorbereitet? Und zur heutigen Weihnachts-Special-Show haben wir uns gedacht, wir müssen auf jeden Fall zocken, denn die PlayStation Classic gibt es neu auf dem Markt und die können wir natürlich einfach so liegen lassen. Wir haben aber auch gehört, es passiert noch was Fieses. Ey, ich weiß nicht, ich hab nur gehört, es wird hier ein Gewinner und ein Verlierer ausgefochten und auf den Verlierer wartet noch irgendeine Form von Strafe. Das ist kein Witz, ich weiß nicht was, keine Ahnung. Ich weiß noch nicht, wer sich das überlegt, wer ist denn verantwortlich? Ist völlig egal, wir haben eine Entschuldigung, warum wir gegeneinander spielen können, das ist auch cool. Ich weiß nur, ich will nicht der Verlierer heute sein und alles andere ist mir erstmal völlig egal. Da Wolf der Neue ist, muss ich ihm eh erstmal zeigen, wo hier der, wie sagt man, Haselolf, wo der Hund begraben liegt. Wo der Frosch die Locken hat, mein Lieber. Sowas alles, okay. Wollen wir mal gucken. Ach komm, wir fangen jetzt einfach an. Was haben wir uns dann ausgesucht zum Spielen? Wolf, erzähl doch mal. Wir, und damit meine ich dich, hast du ja ausgesucht für uns beide. Ja. Wir spielen auf der Playstation Classic den Klassiker Battle Arena Toshinden oder Toshinden. Ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht. Man weiß nicht, wie man es wirklich ausspricht. Ist ein Zweispieler Beat'em-Up von 1995, glaube ich. Steht da auf dem Bildschirm, also insofern auch. Ach stimmt, da steht es ja, klar, von Takara. Aber ich wusste es auswendig. Das stimmt. Und, ähm, also ich kann schon mal sagen, liebe Freunde, wenn ihr jetzt an sowas wie das aktuelle Streetfighter oder Soulcalibur oder so denkt, dann macht euch auf was gefasst. Lower your expectations. So sahen die Spiele 1995 aus. Ich hab das schon mal erwähnt in einem Video, was wir gedreht haben. Geh mal weg von meinem Charakter, ich will den haben. Was wir über die Geschichte von Sony gedreht haben, da hab ich, das war mal das erste Spiel, was ich jemals auf der Playstation gesehen habe. Damals. Ja. Oh, guck mal, hier, das ist der geilste Hintergrund im Spiel, weil man da quasi alles, was im Spiel passiert, hinten nochmal auf dem Monitor sieht. Und das war damals Bahnbrecher. Ey. Und ich hab keine Ahnung, wie man die Special boost noch mal macht. Und man muss sagen, also, Torscheen Denver damals, 1995, war quasi so der Gegenentwurf zur Virtual Fighter von Sega. Stimmt. Das war das erste richtige 3D-Beatm-Up. Damals war unglaublich pixelig und so. Und, ähm, da hat er sich... Ey, hör mal, Samar. 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 Das krasse war halt, wie gesagt, das ist das erste Mal, dass ich ein Beatm-Up gesehen habe, was in 3D funktioniert, wo du auch um den anderen rum konntest, so wie ich jetzt gerade bei dir. Das gab's vorher einfach noch nicht. Das war einfach, da gab's so Streetman. Oh, da, 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 ich hab den Special boost gemacht, ich hab den Special boost gemacht, ich hab den Special boost gemacht. Wie hab ich jetzt gerade diesen anderen Special boost gemacht? Ins Gesicht, Junge. Ey, wie hab ich das denn gemacht? Guck mal, wie lang... So, jetzt mach ich einfach Smashing the Buttons, die Tekken-Button. Ah, nein, ich bin ein Horst. Es gibt ja immer die, es gibt ja Leute, die sagen, sie gewinnen jeden das Beatm-Up, indem sie einfach nur alle Knöpfe gleichzeitig drücken. Das hängt ja auch sehr vom Beatm-Up ab. Ich hasse diese Menschen. Jetzt bin ich selber einer von ihnen. Aber ich mein, jeder, der Eddy bei Tekken nimmt, also... Fuck, okay. Okay, shit. Also, Runde 1. Konzentrieren jetzt. Du laberst irgendeinen unentransitanten Scheiß bitte und ich konzentriere mich auf das Spiel. Hör mal auf jetzt. Ich kann so viel unentransitanten Scheiß labern, wie ich möchte, aber ich bin mir trotzdem. Das weiß ich. Schwein. Du hast doch garantiert heute Nacht mit der Playstation Classic hier das Spiel geguckt. Ich hab mit ihr geschlafen. Also im Sinne von im Bett. Ja, ja, nee, ist klar. So, hier. Jawoll. Hallo. Zur Playstation Classic sagen, die ist viel, viel kleiner als ich dachte. Das ist völlig krass. Und was ich dann... Stichwort, ich hab mit ihr geschlafen. Was ich auch bemerkt habe... Dreh dich doch um! Ey, sag mal! Die Controller sind einfach nur USB-Controller. Das heißt, ich hab noch nicht probiert, wie es ist, wenn man sie am PC anschließt, ob man sie dafür benutzen kann. Das ist, als wären die unter Wasser. Das macht einen irre. Das stimmt, die Herzzahl bzw. die FPS-Zahl ist ziemlich lame. Ich spiele gerade immer wieder mal ein paar Runden zur Calibur 6 und ey, das ist eine ganz krasse Ungewöhnung hier. Das ist wirklich... Als würde ich in so einer Zeitblase leben, wo alles nur mit einem Drittel der Geschwindigkeit abläuft. Wusstest du nicht, dass du in einer Zeitblase lebst? Ah, untergrafen wir mich. Cool. Achso. Das war schon? Das war schon. Ich hab dich jetzt einfach abpack gemacht. Das war alles. Ja, perfekt. Wie wär's... 2 zu 0. Nicht nicht perfekt, aber fast perfekt. Ja, naja doch. Ja, 2 zu 0. Lieber Wolf. Das war's schon. Das war's schon. Und ich würde sagen, das bedeutet, du bist auf jeden Fall derjenige, der die A-Karte der Turn von Community Show wahrscheinlich gewinnen wird. Ich höre dir gar nicht zu. Ich spiele einfach eine Revanche. Na ihr? Schön. Ihr habt jetzt gegeneinander Battle Arena Toshinden gespielt. Und du hast gewonnen. Sicher. Du hast verloren. Wir machen heute in unserer weihnachtlichen Turn On Show Community Show etwas Besonderes. Und zwar... Ich ahne schon. Dürft ihr jetzt... Ihr habt's vielleicht schon erahnt. Plätzchen backen. Aber... Deswegen gab's ja das Battle vorher. Derjenige, der gewonnen hat, darf mit Hilfsmitteln backen, mit Küchenmaschinen. Und der dann nicht gewonnen hat, in dem Falle verloren hat, muss auf ganz klassische Art und Weise weitermachen. Das heißt, ich überreiche dir jetzt mal deine Utensilien. Ich bin aber... Die brauche ich noch. Ich bin tatsächlich ein bisschen beruhigt, weil ich gerade schon dachte, ich kriege nicht mal eine Schüssel oder so. Muss alles mit den Händen machen. Oh shit. Du kriegst eine Kenwood Chefsense Kitchen Machine. Also eine Küchenmaschine, mit der du das jetzt backen darfst. Kann ich mal fragen... Also ich bin der Verlierer, ja? Ja. Aber... Und du darfst mit Skynet hier arbeiten, ja? Muss ich die noch auspacken und aufbauen, oder was? Ja. Das ist aber nicht mehr meine Aufgabe. Also viel Spaß damit. Gefällt dir direkt wieder viel besser. Wollte grad sagen, das ist ja jetzt nicht so... Also ich meine... Ja gut. Ja, ja, komm. Das ist ein super Produkt. Ich glaube, das wird dadurch viel, 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 viel einfacher geben. Du wolltest... Ich mach jetzt schon mal. Ich mach jetzt schon mal. Sag mal, Alex... Was backen wir denn überhaupt jetzt? Kriegen wir nicht noch ein Rezept oder sowas? Oh, ich vergaß. Moment. Gut, dass ihr nachgefragt habt. Wir haben hier nämlich noch Rezepte für euch. Und zwar, ihr sollt ja nicht irgendwelche Plätzchen backen. Ihr sollt ja die Plätzchen backen, die so richtig reinhauen. Ein Rezept für dich. Und... Oh, das ist... Doch, ist richtig. Ein Rezept für dich. Haferflocken Plätzchen. Haferflocken. Das sind zumindest die richtigen Plätzchen. Also die Plätzchen, die man auch zuhause essen wollen würde. Ein richtiges Familienformat machen wir hier. Und jetzt fangen wir... Hä? Hä? Okay. Okay. Guck mal, Captain Hook. Egal. So, pass auf. Ich brauch nur noch 50 Gramm Haferflocken. Was? So, jetzt kommt Achtung. Mr. Bauchgefühl. Ich wüsste nicht, was da schief gehen sollte. Eins. Woll, ich habe eine richtig gute Idee. Das ist ja nicht mal... Das reicht ja nicht mal alle. Ich halte jetzt mal den Backofen vor, ja? Ja. Also ich weiß ja nicht. Viel, 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 hat Opa immer gesagt, ne? Was sollte schon schief gehen? So, ich habe jetzt 900 Kilo Haferflocken schon mal. Sehr gut. Ekotorten in den Backen. Und dass wir keine Torte backen müssen. Lillezucker und Zucker. Sicher? Was für die schlanke Linie, hm? Es ist Weihnachten. In der Weihnachtsbäckerei. Wollen wir nicht wirklich so ein bisschen singen? Ich kenne den Text leider nicht. Ich habe vergessen, wie viel Zucker rein muss! Also ich sag mal so, Wolf, du backst fast so gut, wie du Battle Arena to Shinten spielst. So. Also. Es gibt eine Grenze für die Beleidigung, die ich ertragen kann, Jules, ja? Okay, also in meinem Plätzchen sind Zitronenkerne drin, damit ihr jetzt mal bescheidenst. So, jetzt kommt, wie trennt man nochmal Eiweiß von Eigelb? Ich weiß es. Haben wir eine Flasche? Eine was? Eine Flasche? Eine was? Eine Flasche, Mann! Eine Plastikflasche. Bestimmt. Keine Ahnung, eine Flasche? Ja, kennst du das nicht? Was willst du mit einer Flasche? Damit kann man super einfach Eigelb von Eiweiß trennen. Wirklich. Mit einer leeren Plastikflasche. Jetzt kommen hier die Lifehacks abzutage. Jetzt kommen sie raus, die Lifehacks. An dieser Stelle nochmal Danke an meinen Opa. Wir können doch auch einfach heimlich, pass auf, wir erzählen das den anderen nicht und wir gehen gleich kurz zum Supermarkt. Die nehmen ja jetzt auch Apple Pay und dann kaufen wir einfach ein paar Kicks ab. So, wo war ich stehen geblieben? Aber das ist schon ganz geil. Hä? Hat die der letzte Tango in Paris gesehen? Malo Brando? Jetzt habe ich hier natürlich keine Steckdose. Mero! Wir wollten doch schon immer mal Filmklassiker nachspielen. Ja. Wie sieht's aus? Was fällt dir zum Stichwort neuneinhalb Wochen ein? Oh Gott. Haben wir einen Traum im Kühlschrank? Auf jeden Fall nichts, was mit dir irgendwie einen Einklang zu bringen wäre wohl. Mach dir den Jungen mal ein Weinchen. Ich glaube, der ist schon wieder so unlocker. Ja, mach ich voll die Kanone. Bam. Tschüss. Also. Du hast ein Atomkraftwerk und ich stehe hier wie so ein Idiot. Das kommt, wenn man was gelernt hat und Battle Arena Torschinden geübt hat sein Leben lang. So, ich mach's einfach jetzt. Eigelb zum Teil geben, Shida. Ich mach jetzt einfach das hier schon da bei mir rein und kannst du die benutzen. Wir machen jetzt einfach, weißt du, Solidarität steht zu Weihnachten ganz oben. Deswegen dieses ganze Competition-Ding. Da bin ich auch gar nicht viel zu haben wollen. Wir können jetzt auch einfach, du kannst meinetwegen meine Glasschüssel benutzen. Was, Alter, du sabbelst mich hier voll für mich? Ich hör dir überhaupt nicht zu. Was ist? Ich versuche gerade freundlich zu sein. Ich fahr hier ein völlig anderes Rennen als du. Du, dann mach Eigelb. Ja, wo sind denn meine Eigelbs? Haferflocken. Hast du? Achso, ich dachte, du wärst mir extra eins hingeregt. Danke. Du hast mein Eigelb verwendet. Ja. Ey, oh Scheiße, du hast es mir so hingestellt. Ich dachte wirklich, du hast... Das war, ich wollte dir die Eier rüberreichen, aber das ist doch mein verdammtes Eigelb. Achso, das tut mir leid. Das ist doch... Ich hab wahrscheinlich doppelt so viel Haferflocken genommen. Ich möchte jetzt auch niemandem zu nahe treten, aber... Selbst wenn die gut geworden wären, hätte ich auf die keinen Bock. Das ist einfach nur Haferflocken-Pump. Guck dir mal meine Finger an. Als wäre ich wieder Teenager. Vor allem, was heißt Prise? Wie definierst du Prise? Naja, so ein Bissbüschen halt. Ey, wenn ich dich nicht hätte ohne Scheiß, ich muss sagen... Du bist Prise halt. Kann ich das auch auf so ein Backgitter drauf machen? Das ist ja wohl... Ja, komm Prise. Ich probier's mal. Ich versuch jetzt mal was. Ey, das... Und wie geht's dir drüben so? Geht so, Alex. Ey, Alex, ich kann dir wirklich nur raten, wenn wir dir später Plätzchen anbieten, nimm's nicht. Ja, ich hab's schon mitbekommen. Zumindest, wir haben tatsächlich in dieser Stelle mal die Möglichkeit rein zu grätschen, denn... Es ist ja soweit, Mero hat das Blech in den Ofen geschoben. Und damit ist die Challenge an dieser Stelle beendet. Das heißt, wir warten jetzt auf die lecker Plätzchen von Mero und gucken dann mal, ob wir das Ganze überleben werden oder am Ende dieser Sendung vielleicht nie mehr wieder für euch eine Turner-Community-Show umsetzen werden können. Wir könnten auf jeden Fall erstmal vielleicht noch die Fragen der Community beantworten, so ein bisschen Community-Building betreiben und dann können wir ja danach noch mal gucken, was daraus geworden ist. Ich mein, das Video geht ja noch ein bisschen und... Wir haben ja noch ein bisschen was anderes auf dem Programm, Wolf, du musst noch ein bisschen rödeln. Park hin, lass uns die Hauselfen machen, wir machen mal was. Ich hasse euch alle. Unter dem Hashtag AskTurnOn könnt ihr uns nämlich jedes Mal, bevor so eine Show, so eine Your Turn Show stattfindet, eure Community-Fragen zukommen lassen. Und wir beantworten sie heute das erste Mal alle vier zusammen. Du musst da raufhauen. Oh my God. Ich muss jetzt da raufhauen und dann wird Cassandra... Haut einfach auf. Wer hat die eigentlich so schön dekoriert? Die Wichtel. Achtung. Okay, erste Frage. Hi Jungs und frohe Weihnachten. Da kommt direkt die erste Frage für euch. Haxor Saffer fragt, welche Filme dürfen für euch an Weihnachten nicht fehlen? Haxor Saffer. Äh, schnipp langsam und die Geister, die ich rief. Das sind so die beiden Filme, muss ich gucken. Ich hab alle drei. Vier. Also wenn ich wenig Zeit habe, nur der erste, aber im Prinzip kann man eigentlich auch die ersten drei gucken. Nimmt Kevin Alleyens aus. Täglich muss das Momeltier. Oh, jetzt habt ihr auch schon. Oh, 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 oh. Also ich würde sagen, also Kevin Alleyens aus 1 und 2. Ja. Ja, also beide sind ja weihnachtlich, ja. Dann aber noch versprochen ist versprochen. Stimmt. Und hier Love Actually und so Kram. Ja, der ist auch schon. Der Dummenschmetzer passt eigentlich auch ganz gut. Was ist hier mit den Griswalls, die Weihnachtsgeschichten? Egal, auch gut. Ja, okay. Saka Evo fragt, was haltet ihr von Android TV Boxen? Äh? Kenn ich nicht. Nächste Frage. Nö, 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 ich hab die Android Shield TV und die ist ganz cool. Die hat immer noch Updates. Immer. Die ersten. Die hat immer Updates nach drei Jahren. Ist ein Chromecast auch eine Android Box? Ne, die empfängt noch. Ah. Ja. Vielleicht. Eine schwarze Flasche in der Nähe meiner Tasche sagt Ja. Ja. Vielleicht passiert das ja auch heute, vielleicht auch nicht. Wir wissen es nicht. Man weiß es nicht. Und wenn, dann machen wir aber bitte vorher die Kameras aus. Okay. Ja. Wenn die versteht das nicht. Außer die kleinen Gruppen. Wir sind ja vernünftig. Ist das kreativ? Fragt. Was haltet ihr von 5G? Ist das kreativ? Ja, mehr als 4G, ne? Ja, wir sind in Deutschland. Was soll man davon halten? Wir gucken und leiden sich auf andere. Wir machen dazu nochmal was Spezielles. 5G ist etwas, was uns noch lange nicht interessiert. Bis jetzt braucht keiner. Das interessiert sich. Flugtaxis wären geil. Taxen. Taxen bitte. Dummy fragt. Eine Frage an Alex und Jens. Hört ihr noch Radio? PS im Auto zählt nicht. Haha. Nein. Ich habe Kloradio. Und beim Duschen, Zähne, Radonne, bla. Ich auch. Ist ein Radio. Also noch so ein schönes, altes Retro-Radio mit Klick. Also auch nicht Internet, sondern FM. Ja, Radio Hamburg, 107xFM, Antenna Radio hier bei uns. Deswegen, Jens empfiehlt mir Songs auf Spotify, die ich schon völlig kaputt gehört habe und zum Kotzen filmen habe. Wo Jens sagt, boah, guck mal der neue Song. Ich krieg diese ganze Sache. Ich steck dein Nickelback vor. Die Musik für die erste. Die einen sagen so, die anderen sagen so. Die meisten sagen so. Okay. Benjamin Z. fragt. Was sind eure Smartphone-Highlights 2018? Ja, doch. iPhone, XS, aber auch nur sehr spät, seit ein paar Tagen. Ich bin ein großer Fan von eSIM, macht mir sehr viel Spaß. Aber sonst hätte ich irgendwie jetzt keinen persönlichen Karol mehr. Ach, Smartphones. Musst du jetzt schon mal abholen? Nein. Hast du dir? Ne, 20 Pro. Kann ja nichts Neues zu sein. Ich kaufe mir jetzt nicht, ich kaufe mir maximal alle zwei, eineinhalb bis drei Jahre ein Neues zu verändern. Du machst doch Technik. Du musst immer das Neueste haben. Du machst Technik. Egal, er ist hier in der Sendung, er macht nichts. Mein Smartphone-Highlight ist, dass meins noch funktioniert und ich es verloren habe. Du musst mal zeigen, wie alt es mir im Mund ist. Sag mal, sag mal was. Siemens Gigaset. Und das ist also hier nicht, ich habe so ein altes Samsung, was ist das? A3? Kann das sein? Hier, die Experten müssen es eigentlich sofort erkennen. Fragen er uns, was das ist? Ja, ich glaube A3. Ne, ich glaube es ist wirklich sogar noch A3. Und ich muss sagen, es nervt mich selber, weil es wirklich arschlarm ist, aber ich habe auch keine Motivation über irgendwas anderes. Aber du telefonierst wahrscheinlich auch noch mit deinem Handy, ne? Ähm. Okay, lassen wir das. JS0809 fragt, würdet ihr lieber eine fertige Retro-Konsole wie NES, SNES und Co. kaufen oder lieber selber eine bauen? Zum Beispiel mit einem Raspberry Pi. Ach, Rack. Ja, dann bin ich fertig. Kurz reingrechen. Diese Emulation auf Raspberry Pi ist leider kacke. Ja, aber die Emulation auf fertigen Retro-Konsole ist auch kacke. Ist zehn. Ich muss kurz Ferrum machen, seitdem ich weiß, dass es diese FPGA Super NT analog gibt. Jetzt auch in der neuen Ghostly Limited, die die Hashtag noch sponsoriert, komplett weiß, weiß man, was echte Retro in 2018 ist. Dieser Text war überraschend. Ich habe sie mir geholt. Nein, aber das ist ja kein Emulator, das wird ja quasi hardware emuliert. Das ist richtig gut. Ach so, das heißt, sie haben die alte Technik genommen, reingebaut. Neu gebaut. Neu gebaut. Aber auf diesem Prinzip. Kannst du da mehrere Sachen drauf spielen oder nur Nintendo oder nur Sony? Nein, es ist nur Nintendo. Aber ich hätte gerne so ein Ding, wo ich einfach alles drauf spielen kann. Ja, das geht ja nicht. Nicht egal. Das ist ja, als würdest du Intel und AMD irgendwie auf allen Bord stecken. Wenn das einer baut? Ich habe neulich geträumt, dass ich bei einem Kumpel war und der hatte wirklich so eine winzig kleine süße Box, wo aber ich glaube 6000 Spiele aus mindestens 20 Konsolengenerationen der letzten 25 Jahre dauern. Ich meine, das gibt es, das gibt es im Prinzip, im Prinzip gäbe es. Aber also ich bin zum Beispiel, ich bin ein wahnsinnig bequemes Schwein und deswegen habe ich überhaupt keinen Bock, mir irgendwie selber was zusammenzufummeln. Ich möchte irgendwo hingehen und sagen, hier pass auf, hier sind meine 100 Kröten und dafür nehme ich jetzt diese geile Retro-Kiste mit. Ja, aber du hast auch geträumt, dass du mich in Battle Arena to Shitten besiegen kannst. Simon Kokolani fragt, welches ist euer Lieblingsspiel in diesem Jahr und auf welches freut ihr euch im nächsten Jahr am meisten? Battle Arena to Shitten. Jedoch muss das Spiel schon angekündigt sein. Also ich freue mich auf Anno 1800 und auf, jetzt habe ich den fucking Namen vergessen, auf Last of Us 2. Oh ja. So, sind beide angekündigt, ich war bei Anno 1800 schon im Technical Test dabei und es war echt geil. Das glaube ich, ich habe es in Präsentation gegeben. Also ich freue mich auch auf Anthem zum Beispiel, aber zum Beispiel auch enorm, auch wenn das noch lange hin ist, auf Cyberpunk 2020. Oh ja. Weil ich das Pen & Paper Rollenspiel damals in den 90ern gespielt habe, original. Ja, durchs alte Wissen ist. Aber no pre-orders. Mach ich auch nicht, aber trotzdem, darauf freue ich mich. Und von diesem Jahr, auch wenn es Mainstream ist, ich fand Red Dead einfach geil. Sorry, ich weiß, das ist nicht für jedermann was, da muss man sich drauf einlassen. Ich habe mich drauf eingelassen, ich habe 100% die Kampagne durchgespielt und ich fand es einfach geil. So, das war's. Danke, ciao. Ich habe Red Dead angefangen und bin da, ich habe, das ist zu viel Zeit. Man muss sich drauf einlassen. Also Red Dead ist natürlich so ein bisschen, das braucht irgendwie ein bisschen mehr Arbeit. Also man selber als Spieler muss mehr Arbeit investieren. Ich muss mich da sehr stark mit beschäftigen, bis ich auf Fallout habe. Also ich sage auch, mein Highlight war Red Dead und worauf ich mich sehr freue ist The Sinking City im März für die Horror- und Cthulhu Fans unter uns. Nein. Und ich freue mich sehr auf das hier von den original Fallout-Machern, was im Rahmen der Game Awards angekündigt wurde. Ähm, die World be the next, World Beyond. World Beyond, ja. Da habe ich recht richtig drauf. Egal, egal, Fortnite. Nein. Was eigentlich mit Minecraft? Weiter, weiter. Erik Zivor fragt, was waren eure Filme und Serien-Highlights 2018? Oh, äh, 2018, da darf ich jetzt nichts Falsches sagen. Also immer nochmal 2018. Ähm. Ich habe Scrubs nochmal durchgeguckt, ist super geil. Das ist ja 2018. Mein Machines! Das kannst du nicht machen. Meister, ne? Aber 2018. Ja, 2019 wird es immer noch super sein. Das stimmt ja auch. Was habe ich denn also, ich habe, was habe ich denn geguckt? Ich fand, das ist jetzt... Guck, aber es spricht ja gerade für sich. Es ist zu viel. Es ist zu viel. Man sitzt da und denkt sich, irgendwie war alles okay, aber was war jetzt geil? Ich wollte gerade was sagen, du hast mich unterbrochen. Was? Das wäre jetzt deine Chance gewesen. Ich habe was. Ja sag mal. Ich habe dieses Jahr herausgefunden, dass es die Serie Brooklyn Nine-Nine gibt. Was? Und ich habe die ersten... Ja, tut mir leid. Ich habe die ersten drei Staffeln gesehen. Und ich habe vier. Bei Netflix, warum? Ich habe Tränen gelacht. Mehrfach Tränen. Ich glaube, ich habe nicht mal zwei Staffeln durchgehalten. Das war irgendwie alles sehr gleichförmig. Du hättest quasi die Reihenfolge der Geschichten austauschen können. Ja, das kommt danach jetzt ein bisschen los. Aber ich verstehe, was du meinst. Also, ich fand es auch lustig, aber... Ich fange jetzt erst an Arrested Development zu gucken. Ja. Das ist auch sehr, sehr geil. Aber meine Serie 2018 ist The Defiant Ones auf Netflix. Guckt es euch an. Musik-Doku. Sehr gut. Sehr gut. Das ist eine Doku, ist keine Serie. Das ist eine Doku-Serie. Eine Doku-Serie. Eine Doku-Serie. Eine Doku-Serie-Doku. Das ist schon mal final gesagt. Making a Murderer ist ja auch eine Serie. So ist es. Also, meine Serie des Jahres war... Ich gehe mal kurz in mich und sage die zweite Staffel von Handmaid's Tale. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, wirklich unbedingt anschauen. Ist ja auch so ein Grusel-Kram, oder nicht? Oder auch eine Serie? Ne, ne, ne. Es ist nicht gruselig. Es ist eine sehr beklemmende Serie. Die zeigt... Dann, ja dann. Also, wenn in der Gesellschaft... Alles was man im Winter halt gucken muss, so, ne? Genau. Wenn in der Gesellschaft so alles scheiße ist, so ganz sieht es aus wie ein Handmaid's Tale. Und ich setze noch einen drauf. Film des Jahres für mich ist Hereditary gewesen. So. Und das kannst du nicht tocken. Und du nicht und du auch nicht. Ich gucke solche Filme nicht. Ich gucke aber Filme im Kino. Und ich habe mir im Kino Spider-Man A New Universe angesehen. Und wie der Film ist, das zeigen wir euch jetzt. Spider-Verse. Into the Spider-Verse. Im Original heißt er Into the Spider-Verse. Im Englischen heißt er... Im Filmtitel ins Deutschschiff. A New Universe. Also... Pssst! Hereditary! Was wäre wenn? Was wäre, wenn man Superhelden und mehrere Paralleluniversen in eine Story wirft? Das Ergebnis gibt es zwar in unzähligen Comics zu finden, doch Spider-Man A New Universe zeigt es erstmalig auf der großen Leinwand. Mit jungen Spider-Man Miles Morales in der Hauptrolle. Ich bin der einzig wahre Spider-Man. Also dachte ich jedenfalls. Du weißt, was ein Teilchenbeschleiniger ist? Wirst du liegen. Die Mention öffnet sich jetzt. Du bist wie ich. Das ist unmöglich. Kurz zur Geschichte. Der junge Miles Morales hat privat einige Veränderungen vor sich und sein Vater, Polizist, kein großer Fan von Spider-Man, fordert ihm noch mehr ab. Dann kommt alles, wie es kommen muss. Eine Spinne beißt Miles und der wacht nächsten Tag mit Spidey-Fähigkeiten auf. Und dann wird alles noch verrückter, denn er lernt nicht nur den echten Spider-Man während eines Kampfes kennen, sondern auch Spideys aus anderen Dimensionen. Zeit zu schwingen, wie ich es dir beigebracht habe. Wann hast du mir das beigebracht? Hab ich nicht, Wanjo. Hilft bei der Teambildung. Hey Leute, ich bin Gwen Stacy. Kommt schon. Wie viele Spider-Leute gibt's denn noch? Die ersten Trailer sahen schon verdammt gut aus und versprachen eine Mischung aus Animation und einem Zeichenstil, der extrem aufwendig erscheint. Mal kristallklar, mal an alte Comics angelehnt. Komplex und abwechslungsreich. Spider-Man A New Universe wirkt mal wie ein typischer Animationsfilm und mal wie ein richtiger animierter Comic mit Sprechblasen und mehreren Szenen auf einem Blick und nimmt sich dabei ständig selbst auf den Arm, ohne zu sehr abzudriften. Okay. Wir müssen zurück in unsere Universen. Bald. Brooklyn wird kollabieren. Meine Familie lebt in Brooklyn. Woah 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 woah. Miles, was ist bloß? Es gibt mehrere, teils überraschend vielschichtige Bösewichte. Die Orangen-Geschichten einzelner Charaktere werden so schnell und humorvoll abgearbeitet, dass man jedes Mal lachen muss und die Story ist komplex genug, um weder für Kinder zu schwierig, noch für Erwachsene zu langweilig zu sein. Erfahrene Kinogänger werden aber nicht überrascht. Hier rüber, hier rüber, hier rüber, hier rüber. Können Tiere in dieser Dimension sprechen? Ich will nicht, dass er ausflippt. Und trotzdem, Spider-Man A New Universe ist alles, was man sich als Spider-Man Comic Fan wünschen kann. Ich als Fanboy gebe 10 von 10 Punkten. Nicht nur, dass Humor und Animationsstil perfekt inszeniert sind, auch die Musik schwingt sich hier meisterhaft von Szene zu Szene und lässt einen nicht mehr los. Wenn einzelne Figuren mit einem markanten, wiedererkennbaren Sound untermalt werden und direkt eine besondere Stimmung aufkommt, besser geht's nicht. Nehme ich die Fanboy-Brille ab, bekommt der 117 Minuten lange Spider-Man A New Universe immer noch 9 von 10 Punkten. Negativ könnte man die dezent vorhersehbare Story erwähnen. Der Film ist aber auch ab 6 Jahren freigegeben. Dass man hier nicht zu komplex wird, ist irgendwie nachvollziehbar. Das FSK 6 halte ich übrigens ein bisschen für gewagt, da es an einigen Stellen nichts für kleine Kinder ist, die schreckhafter oder noch etwas sensibler sind. Ach ja, und es gibt natürlich eine Post-Credit-Scene. Also sitzen bleiben. Ja, Mensch, ist das noch Spider-Man, Jens? Das ist Spider-Man, ja. Also es entwickelt sich ja weiter, aber es ist ein fantastischer Film. Okay. Also ich habe ja immer so grundsätzlich ein Problem mit Superheldenfilmen. Also es ist ja ein ganz neuer Ansatz. Es hat so ein bisschen mit diesen Multiverse-Geschichten so ein bisschen auch Rick-and-Morty-Style was damit einführt. Ja, also jetzt aus meiner Sicht ist es nicht gesehen zu haben, aber ich würde dem, glaube ich, eine Chance geben wollen. Solltest du tun, wie gesagt, für mich der beste Film, Animationsfilm, den ich gesehen habe bisher. Und ich werde ihn mir wahrscheinlich in diesem Jahr noch mindestens zweimal anschauen. Also der beste Animationsfilm überhaupt? Ja. Überhaupt? Ja. Und das ist halt schon mal eine Ansage. Aber, apropos, die beste Geschichte überhaupt, die ich jemals gebackt habe, zu der kommen nämlich jetzt. Und zwar Kick It Light Alex ist wieder am Start diese Woche mit einem Produkt, mit einem gebackten Produkt, das ich bisher so auch noch nicht erlebt habe und das echt alle Rekorde bricht. Na, ich habe mir schon mal hingehockt, weil dieses Ding ist so groß und steht auf dem Boden. Da bietet es sich an, sich hinzuhocken und auf Bodennähe, um in Bodennähe zu sein. Das hier ist der Atari Pong Table und er ist tatsächlich in unterschiedlichen Ausführungen erhältlich. Also in diesem Classic Atari Style, dass an den Seiten auch noch die Pong Aufdrucke sind und diese typischen Racing Linien, die zum Game damals am Arcade Automaten dran geklebt wurden, gibt es aber auch noch ein Klassisch mit gar nichts dran. Zu diesem Tisch kommen auch noch Kleinigkeiten dazu. Ein Saugnapf für das Glas, um das Glas hochnehmen und an der Mechanik werkeln zu können. Das sind Schraubpotenzilien, eine Ersatzsicherung und Handbücher. Einmal für Stühle, fällt flach, weil die habe ich nicht mitgebackt und einmal was zum Tisch selber. Ist tatsächlich ein schönes Kompendium, weil da ist nicht nur alles drin, wie die Menüstruktur aussieht, sondern auch tatsächlich sehr detaillierte Anleitungen, wie die Mechanik funktioniert und wie die Ersatzteile heißen und ob man sie dann irgendwie noch nachbestellen kann und so weiter. Das ist ziemlich geil, also eigentlich ein Tisch für die Ewigkeit gebaut. Besteht aus massiven Holz. Wenn man auch mal drunter schaut, da sind zwei große Lautsprecher, Lüfteeinheiten und haufenweise Schrauben verbaut. Also das hier ist unique Handwerk, richtig geil. Und wenn man die Dinger aufklappt, so eins und zwei, dann offenbaren sich auf einmal Player eins und Player zwei. Und ihr habt dann die Möglichkeit zu sagen, sobald die Dinger aufgeklappt sind, wir zocken jetzt. Und das ist ja eigentlich auch das Hauptding an diesem Tisch und das machen wir jetzt mal, das zeige ich euch mal kurz. So, der Schalter ist hier unten. Arcade-Style. Ah, Regenbogen. Toll, oder? So, jetzt könnte man auf Start drücken und dann geht das Spiel los. Also man muss dazu sagen, es ist ja ein voll mechanisches Pong-Spiel und da muss man mit einer gewissen Latenz leben. Die Teile müssen ja bewegt werden, auch per Schiene und Magnetsystem und sowas. Also es gibt eine Verzögerung, an die man sich gewöhnen muss, die man irgendwie in sich einarbeiten muss. Aber dann macht es richtig Spaß. Das ganze Ding lebt, der ganze Tisch lebt und das ist geil zusammen mit der Musik und mit dem Licht. Das macht Spaß. Dammit. Es ist gar nicht so einfach. Man kann an der Schwierigkeit noch ein bisschen schrauben, aber das wird mir wieder zu langweichen. Ich finde es, ehrlich gesagt, ist ein geiler Tisch. Ich lade euch hier mit ein, Jens, Meru, Wolf. Kommt gerne doch mal rum und lasst uns hier mal zusammen eine Runde zocken. Macht Spaß. So, zurück ins Studio. Ja, geiles Teil. Mega geiles Teil. Ich habe es jetzt schon bei ganz vielen Leuten aus der Start-up-Szene, auf Instagram-Stories gesehen, dass es immer irgendwo rum stand, in Finnland und in Deutschland. Was hast du für dein Paket jetzt gezahlt? Das waren jetzt schnäppchenhafte 1000 Euro. Plus Versand bist du bei 1200. Das kommt auf so eine Palette, eine extra Expension, 100 Kilo. Beide sprechen groß und schwer und laut. Ja, ja. Also das geht jetzt alles wieder. Also wenn man jetzt das Menü und so, es funktioniert wieder alles. Aber es ist, ja, es braucht Platz. Würdest du es mal eben irgendwo mit hinbringen oder wirst du es genau dort lassen, wo es jetzt ist? Es wird da jetzt bleiben, weil es ist unglaublich, das Ding zu transportieren. Es wird nicht gehen. Du kannst nicht einfach das Teil von A nach B schieben. Es gibt noch einen Roll-Untersatz, wo du auch so eine gefakte Münzbox hast und sowas. Oh geil. Aber das ist dann halt, macht das Ding eigentlich noch größer und noch schwerer. Aber du könntest den hier von A nach B rollen, ohne viele Leute haben zu müssen, um das Ding reinzutragen. Bereust du es, das Ding gekauft zu haben oder findest du es so gut, dass du immer wieder damit spielen wirst? Ich werde eine ganze Weile damit spielen und ich werde auch in Zukunft, weiß ich schon im Kopf, sehr schöne Plätze, wo man das Teil hinstellen könnte. Ehrlich gesagt. Nur es sind halt so Sachen, du weißt, das Teil wird irgendwann kaputt gehen, über kurz oder lang, weil es ist ja eine Mechanik da drin, die gepflegt werden muss. Okay. Und bis zu diesem Zeitpunkt, mal gucken, wie lange das dauert. Ich weiß nicht, ob ich dem gewachsen sein werde, das zu reparieren oder ob das Teil danach dann eher ein defektes Sammlerstück ist. Mal gucken. Aber es ist ja mit so vielen kleinen Einzelteilen und austauschbaren Teilen versetzt, dass du es entspannt reparieren kannst. In der Theorie. Mal gucken, ob es in der Praxis auch so sein wird. Kann man es in Deutschland jetzt kaufen? Man kann es jetzt in Deutschland kaufen über Pinball World, heißen die. Okay. Hier irgendwo im Norden, in Linde, da ist es glaube ich, die Ecke. Der ist jetzt der Vertrieb dafür. Und ist aber ein bisschen traurig mittlerweile geworden. Also der Kickstarterpreis, je nachdem ob du mit Stühle oder welche Optik genommen hast. Okay. Also je nach Perk, was du ausgewählt hast. Ja, genau. War es natürlich unterschiedlich teurer, aber die Grundversion war irgendwie 900 Dollar. 900 irgendwas Dollar. Plus Versammlung. Hä? Du? Ist aber für kurzfristige, die Bock haben auf ein Weihnachtsgeschenk, ist es immer noch eine schöne... Es ist was Uniques. Du kriegst es nicht an der Stange irgendwo im Elektrochenbild. Ein Weihnachtsgeschenk für 900 Euro? Für sich selbst? Ja. Ja, wenn du was gönnen willst. Es ist ja was Exklusives. Uniques Teil, Weihnachtsgeschenke. Aber... Und Gaming. Das stimmt. Und wir haben noch eine Idee für andere Weihnachtsgeschenke. Wir beschenken uns jetzt mit Dingen, die vielleicht nicht so uniques sind, sondern ein bisschen... Schrottiger. Ja, und das Stichwort Schrott ist hier wirklich nicht unbedacht in den Mund genommen. Denn es geht wirklich sehr schrottig zu Ende. Wir Schrott-Wichteln! Juhu! Man macht das so. Wir fanden es irgendwie einfach ungeil, uns wirklich gute Geschenke zu machen. Deswegen haben wir mal geguckt, was bei uns noch so rumfliegt. Und mal richtig ausgemistet und daraus machen wir Geschenke für unsere lieben Kollegen. Deswegen wird Schrott gewichtelt. Ja. Nach Regeln, die mir selber nicht klar sind. Wie war das nochmal? Wie war das nochmal? Das ist ganz einfach. Wir fangen an. Der mit der höchsten Zahl nimmt das erste Geschenk und dann der nächste. Dann bei einer Eins wird rechts rotiert, aus dem Geschenk weitergegeben und bei einer Sechs wird getauscht. Du darfst dir das Geschenk von einem anderen nehmen und dann darfst du dich nicht wehren. Kann ich mir einfach mehr Geschenke nehmen? Oder muss ich eins abgeben? Und wenn ich keins habe? Du kannst gar nicht eins haben. Dann kannst du dich glaube ich glücklich schätzen, dass du keins hast. Ich habe so ein dummes Gefühl. Fängt der Jungs an oder der Älteste? Fahr doch einfach an. Nach der Reihe. Ey Mann! Wer kriegt das erste Geschenk? Los! Das ist eine Eins. Das ist eine Eins. Hier. Der Videobeweis ist eine Eins. Nächster. Weiter gehts. Nächster gehts um. Oh, eine Eins. Halt mich für eine. Fünf. Ich weiß nicht, ob ich das tocken kann. Ey, noch eine Eins. Das gibt's doch nicht. Das ist doch gezinkt. Shit. Wer hat diesen Würfel mitgemacht? Und eine Sechs. Okay. Ich nehme natürlich das große. Ist ja klar. Ja, Alex. Los. Ja, dann nehme ich, ich glaube das. Okay, nehme ich die Tüte. Ja. So. Und vielleicht. Also man weiß nicht, was drin ist. Es ist eingepackt. Also jetzt noch tauschen oder? Packen wir jetzt zurück. Gewürfelt. Nochmal. Weg mit dem Würfel. Ja, weg mit dem Scheiß. Alle gleichzeitig. Kann ich das auch machen? Okay, okay. Oh, das ist auf jeden Fall was schwerer. Es ist so schön eingepackt. Es ist so schön eingepackt. Brauch einer das Geschenk dafür zum Flügel? Entschuldigung. Das hat meine Frau gestern Abend auch für mich eingepasst, weil ich zu faul dafür war. Das hab ich gerade immer. Danke an die Frau. Ich hab mir dabei Mühe gegeben. Mühe gegeben. Oh, korrekt, korrekt. Oh. Das ist ja ein riesen Ghetto-Blast. Nein, nein, nein. Wir müssen noch weiter gucken. Oh. Holy. Das ist ja richtig cool. Was ist denn das? Guck mal. Was? Guck mal. Das ist ein original gefälschtes Samsung S5. Ein gefälschtes? Gefälscht? Ja. So, ich mach mal. Das geht nicht an. Geil. Das hab ich mitgebracht. Das ist total cool. Super geil. Das ist nämlich so, dass bevor man irgendwie ... Warte, warte. Ein für die Kamera hier. Bevor man sowas wie Bluetooth hatte, man kann das in Zigaretten zu einem Auto stecken und sein USB-Stick mit MP3s kann man da reinstecken und dann sendet das Ding auf einer Radiofrequenz die Musik und dann kannst du an deinem Autoradio die Frequenz einstellen und das empfangen, was der MP3-Player darstellt. Das ist super geil. Ich will auch nicht undankbar sein, aber ein Auto hätte mir echt besser gefallen. Also ich hab kein Auto und damit kann ich das Ding nicht mehr. Das geht jetzt früher wieder gut abgefahren, dann haben sie die Frequenzen überschnitten. Dann musstest du das umstellen, weil du nichts mehr gehört hast. Das ist geil. Auf einmal hörst du dann Radio Maria. Ich bin echt kacke. Aber das ist super cool. Kann man nicht sagen, mach den Schrottwischen? Das ist Zeit für Musik. Ja, korrekt. Das ist genau mein Ding. Ist das die Lautstärke? Ja, du kannst es auch machen. Warte mal. Hör mal. Ich bin so froh, dass ich den Scheiß los bin. Ich kann es nicht mehr hören, ey. Weißt du, dass du ein Wille immer hast? Deswegen will ich keine Kinder haben. Ich hoffe, das ist GEMA, Franz. Eigentlich schön, dass du es kriegst. Ich dachte gestern, hoffentlich gewinnt es Mero. Das ist aber mal der absolute Knaller. Hammer. Ich finde die gar nicht schrottig. Dann nimm sie mit, wenn du sie nicht schrottig findest. Ist das das Netzteil? Ich finde das optisch geil. Auf eBay findest du schon auch noch Kofi, oder? Bestimmt, ja. Ich möchte, dass du damit ... Die Geschenke treffen dir wirklich ins Herz. Erstmal merke ich, schau. Dass du damit die Videos der nächsten sechs Monate im Kanal drehst. Man denkt doch wirklich sofort an die 80er und so gewisse Home-Videotakes. Hey, ja. Home-Videos. Weißt du, was es geil wäre, wenn man das jetzt hier ... Oh, ja. Das stimmt. Genau. Es gibt natürlich nicht nur für uns Geschenke, sondern es gibt auch für euch Geschenke, denn wir haben etwas ganz Tolles vorbereitet. Ihr könnt jetzt gewinnen Saturn-Gutscheine im Wert von jeweils 50 Euro. Was müsst ihr dafür tun? Ihr müsst dafür natürlich was machen, was man an Weihnachten zu machen muss. Nicht zu dumm. Ach so. Schreibt uns in die Kommentare bitte ein kleines Weihnachtsgedicht. Das ist wie beim Weihnachtsmann, wenn man auf den Schoß will. Ja, aber nicht zu lang. Nee. Vielleicht eine Zeile. Vier Zeilen. Okay, letztes Wort zwei. Eins bis vier. Okay. Vier. Maximal. Nichts, was man kennt. Ich darf nicht sagen, was man kennt. Ich, Enter, Mark, Enter, Weihnachten, Enter, Ausruhezeit. Das schreiben sich aber nicht. Das ist korrekt. Ja, hat auch niemand gesagt. Okay. Probieren wir mal eure ... Welche sollte man nicht probieren? Welche sind von wem? Also die sind alle von Meru. Wirklich. Das sind alles Merus-Kekse. Gut. Puh. Okay. Mit der Maschine. Okay. Wie sehen die so gesund aus? Die sind besser als ... Ich hätte es jemals gedacht. Danke, Franzi. Gutes Rezept. Mh. Das ist jetzt Zucker. Haferblomben. Haferblöcken. Ei. Noch mehr Zucker. Ein bisschen Zitronensaft. Und Ei. Also Ei. Weiß. Was vom Ei halt reingefallen ist, ja. Also Ei und Zucker zum Festhalten im Endeffekt, ne? Zum Festhalten. Halt mich. Ja. Ich muss auch sagen, leckerer als ich gedacht hätte. Muss ich sagen. Aber man braucht nämlich schon was zu trägen dazu. So nach dem dritten bisschen mehr. Das saugt einem so die ganze Flüssigkeit aus dem Mund. Glück machen wir heute Weihnachtsfeier. Egal. Also, während wir hier noch weitermachen werden, wünschen wir euch natürlich an dieser so eine wundervolle Weihnachten, beziehungsweise auch an ein wundervolles neues Jahr. Wir können uns in der Zeit nicht mehr wieder sehen, sodass das Internet bis dahin erfroren sein wird. Wer weiß. Wer weiß. Ich sitze neben dir und habe kaum ein Wort verstanden. Ich hätte auch Käse. Wie geht das? Bis zum nächsten Mal. Viel Glück beim Gewinnspiel. Tschüss. Schöner Weihnachten. Schöner Weihnachten. Sind noch jemand? Na. Geil. Man erkennt das so, dass das falsch ist. Ey, warum ist das jetzt da? Das ist falsch. Mach mal an. Wir brauchen ein bisschen Musik hier. Das macht die Farbe total geil. Ich film's heute übernach zweierlich können. Und jetzt muss man mal die Hose aufmachen. Das ist voll geil. Irgendwie. Alleine sich das Ding hinzustellen. Dreimal hin, dreimal hin. buld dich im보, braun, dreimal hin. Er fr performance. Und dasin. ermachentizum.